So, dann können wir den Schildkrötenpanzer voller Wasser machen. Die Falle hast du wieder scharf gemacht, oder? Ja, die habe ich scharf gemacht, ja. Ich habe halbnackt vor ihr getanzt. Sehr gut, ich mache da nochmal die Fallen voll, oder? Sehr gerne. Ich habe nur nichts reingetan in die Falle, aber das brauchen wir ja nicht. Ne, habe ich jetzt gemacht. Ne, in die Fischfalle. So. Ach, das wäre so schön, wenn man hier ein bisschen aufräumen könnte, weißt du? Aber das geht ja nicht. Sag mal, wir haben doch dieses Gestell hier nicht leer gemacht, oder? Ich kann es hier jetzt aufpuzzeln. Ein Fleisch ist noch drauf. Schon wieder so lange her. Aber ist alles verdorben, komischerweise. Das wundert mich. Ja, aber das trocknet doch. Das kann doch gar nicht vertreiben. Ja, ich habe das als getrocknet. Stand das doch auch hier drin. Und jetzt ist es verdorben. Hast du noch Lust auf ein Garnelechen? Wir haben nur keine. Also in einem ist Garnele drin hier, ne? Ich habe hier eine Fleischsuppe mit Garnele. Und eine trockene Suppe. Du, ich gehe mal eben schlafe, schlafe ich mal, ne? Ja. Du hast den, 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 den Dings da, den Metall im Auge, ne? Den, der RCS-Metall habe ich im Auge, ja. Ach, ist das schön. Haben sie dich einfach gedötet und dahin gehängt, ne? Die arme Schlange. Ja, ach so, ja. Das ist eine Frechheit, ne? Wer das auch wieder war. Die haben bestimmt nichts mit der Ureinwohner zu tun. Nein. Das waren bestimmt irgendwelche Räuber oder so. War eine. So, ich bin aufgewacht und, äh, ich kann ja schon mal Spiel speichern, also? So, Spiel ist gespeichert. Was macht unser, ähm, Metall? Da ist ein Stammeschwert übrigens, ne? Ja, aber, na gut, Metall ist was fertig. Oder fast. Da ist so ein Fünsler. Der muss doch, oh, ich hab Fisch, ich hab Fisch, ich hab Fisch. Ein Piranha, oh. Oh. Können wir nicht Arafleisch da dran tappen, ne? Ne. Meins an den Hacken. Ja, geht aber nicht. Ne, geht nicht. Ich mach's mal wieder scharf. Maden und Larven, aber da hab ich noch Tausende. Ach so, ja, dann. Ich hab's mal trotzdem scharf gemacht, weißt du. Schon wieder getan. Sollen wir den Piranha trocknen? Wasserschwein, Fleisch verdorben. Hier ist nur verdorbenes Zeug, komischerweise. Was ist denn das? Alles seltsam. Sehr, sehr seltsam. So, ich nehm mal den Piranha auseinander. Dann weiß er mal, wie das ist, weißt du? Wenn man auseinandergerissen wird. Mach das. Ja, du. Der hat das Faunbarschfleisch und das Piranhafleisch übereinandergelegt. Und jetzt kann ich nur beide rausnehmen. Das stimmt. Und ich kann sie nicht aufsetzen, ne? Dann schmeiß ich mal raus. Ich guck dir mal, ob's bei mir geht. Ich kann so vieles nicht in diesem Spiel aktuell. Ganz komisch. Ja. Was machen wir denn mit dem verdorbenen Fleisch? Hast du eine Idee, was man damit machen kann? Magen rausmachen. Ja, stimmt. Und dann habe ich was für dich, Kussel. Was denn? Eine Mahnung? Ich schmeiß sie raus. Lichter. Wunder. Was ist das? Geschmolzenes Eisen. Uh. Dann kann ich mir ja ein Speer machen, wa? Juhu. Na, du. Ich hab echt ein Problem mit dem. Kann ich das Feuer eigentlich jetzt irgendwie wieder löschen oder so? Und die Kohle rausnehmen? Na, weißt du, im Zweifel macht doch einfach noch Eisen. Was wir haben, haben wir, ne? Und wenn's nur da drin liegt, halt, ne? Lagerfeuer. Ja, weißt du. Geschmolzenes Eisen. Ich hab nur noch zwei Pfeile. Das Problem ist, so viel Platz hab ich nicht. Zell die Kacke. Ich muss erst mal ein bisschen aufräumen, weißt du. Ja, ja, wir können ja, wir müssen ja eh weiter, ne? Ja, ich muss ja noch mal in die Mankrofen, weißt du. Ja, ja, weißt du. Ich schmeiß jetzt noch Asche, äh, Asche, Eisenei. Dann kann ich ein bisschen brutzeln. Hast du noch Durst oder so? Was haben wir genug? Ja, ich bin auch gar nicht, äh, gar nicht auf Stand. Äh, weil da hinten haben wir nicht ganz so viel, ne? Also wir sollten gucken, dass wir vielleicht noch... Wassertechnisch auf jeden Fall wird es schwierig, ja. Na, Wasser mach ich mir da hinten eigentlich nicht ganz so viel Sorgen, sondern eher essenstechnisch, weil es ist ja schon Fußmarsch dahin, ne? Wobei, ich würde es überleben, also ich weiß halt nicht, wie es danach weitergeht, ne? Das ist ja immer das Problem. Also Mai wäre das in fast voll, bis auf Kohlenhydrate. Ein bisschen Fett. Aber Nüsse und Pilze, die wärmer zwangsläufig sowieso finden. Ich hab übrigens meinen Speer noch nicht fertig. Ich könnte mal gucken, was die noch so haben, Mai. Hast du mich grad mit dem Stein abgeworfen? Nein, ich habe gerade ein, äh, Speer geworfen. Und, äh, guck mal, was da runtergefallen ist. Ein Vogel. Gehst du mal? So, siehste? Ah, schau mal, kein Problem. Warum sind die Knochen? Ich bin mir sehr, die hab ich so nicht hingelegt. Oder du? Ich hab so das Gefühl, hier war irgendein Ura-Einwohner oder so. Hattest du mir sagen, was du willst. Da ist Kohle, die nehm ich mal. Und du sie gleich einräumen. Denn, warum nimmt der denn bei mir immer alle Packs raus? Komplett. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Hm. Hatten wir nicht auch einen Waffenständer hier irgendwo? Eigentlich schon, ne? Weißt du noch wo? Nein. Aber wir hatten noch einen, oder nicht? Doch, doch, oder? Ich glaub... Wer hat denn die Scheiße hier so eng hingebaut? Ich weiß, wer es war. Ja, ich... Ich mach mir grad Verbände beruhigt. Wie war das mit den Verbänden? Dabak-Hilf gegen Vergiftung, glaub ich, oder? Ja, 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 ja. Ja, ja, mhm. Natürlich. Äh, Speer. Ein Metall, ein langer Stock, ein Seil. Ein langer Stock, ein Metall und ein Oseili. Aber schon noch... Ey, wir haben noch ein Fischchen, Fussel. Toll. Das funktioniert nicht. Haben die die Rezepte geändert? Waffen, Speer. Ein Metall, ein langer Stock und ein Seil. Ein Metall, ein langer Stock, ein Seil. Du, warte mal. Äh... Wir mussten... Mussten wir nicht aus dem... Aus... Wir mussten noch eine Pfeilform machen, ne? Oh Mann, wer hat denn diesen Scheißkorb dahingestellt? Kannst du dich noch dunkel dran erinnern? Da war doch irgendwas mit Pfeilform, ne? Ne, mit der Speerspitze oder was das war, ne? Ja, ja, wir mussten eine Form aus diesem Ding noch rausglühen. So war das. Hm. Hm. Haben wir eigentlich noch Pfeilform? Nö, ne? Ne, ich denke nicht. Ich helfe dir mal kurz, wo's noch. Womit? Ach so, bist du fertig. Ich hab noch Asche. Ja, ja, da muss noch Asche und Wasser rein. Du hast das bessere Bidom für das Wasser. Aber das ist blöd, weil dein Wasser, weißt du, das ist ja Trinkwasser. War denn das nochmal? Ach, Mann. Das ist echt scheiße, wenn du... Wie viele Wochen ist das jetzt her, dass wir hier gespielt haben? Jules, das musst du aufhören. Wir müssen da fertig mit werden. Oder, weißt du, das ist Kacke. Ich rieche mich über sowas jedes Mal auf. Du musst mal aufhören mit deiner Scheißarbeit. Keine Sau will, dass du arbeiten gehst. Du sollst hier spielen. Jeden Tag jetzt. Los. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, sag deinem Chef, du hast da keine Zeit für. Der soll dir die Kohle überweisen und gut ist. Du müsstest mit dem Fett-LP spielen. Das wäre viel wichtiger. Metallgegenstände. Also, erhalte ein Eisenstück, indem du in der Schmiede Eisenerz oder leere Dosen einschmilzt. Sammle Lehmstiegelsteine, um eine Form zu erhalten. Kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen und deiner Waffe, um eine Gussform zu erhalten. Backe in der Schmiede eine Gussform. Nimm die gebackene Form und nutze sie, um Eisenwerkzeuge herzustellen. Kombiniere sie mit der geschmolzenen Eisen und deine Waffe und eine Gussform herzustellen. Wie mache ich eine Spitze? Muss ich dafür ein Messer nutzen? Ja, ich glaube schon. Wir haben da ein billiges Messer genommen. Und wie macht man ein billiges Messer? Steinklinge. Zweimal Stein. Das wäre doch richtig, ne? Dann habe ich eine Steinklinge. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Liste ist. Bin ich bescheuert? Bin ich denn bescheuert? Ich will darauf keine Antwort. So, ich habe mir Steine genommen. Drei Stück. Ach, teile. Naja, das Blöde ist ja... Äh, Stein... Was braucht man? Steinklinge, ne? Genau, die habe ich jetzt. Ich habe eine Steinklinge. Okay. Was? Hast du dann das Lehm hergestellt? Lehm ist da. Okay, jetzt müssen wir irgendwie... Was hat er gesagt? Nimm einen Lehmziegel und stell... Na komm, komm, komm. Wo war es? Ich habe es hier gelesen. Äh, sammle Lehmziegelsteine, um eine Form zu erhalten. Kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen und deiner Waffe, um eine Gussform herzustellen. Das heißt, ich muss mir einen Lehmziegel nehmen. Ne? Ja. So, und jetzt pappe ich das da rein. Nö. Nein, ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, wenn du die Steinklinge dagegen wirst. Was haben wir jetzt gemacht? So, guck mal hier. Genau. Herstellen. Jetzt muss ich auf deinen Crafting-Tisch quasi... Hä? Geh aber nicht. Er sagt mir, da fehlt noch irgendwas. Das haben wir tatsächlich nicht aufgeschrieben, ne? Hier steht Messer, ein Steinmesser. Eine leere Lehmform, ein geschmolzenes Eisen. Hm... Ach, muss vielleicht noch das Eisen da rein? Meinst du? Klingengussform, genau. Du musst also das Eisen da reinlegen, die Klinge und dein Lehm. Jetzt muss es packen, quasi. So, wie frei ist da hinten und vor allem ist genug Kohle drin? Kohle hole ich. Legs rein, Kohle hole ich. So, ich hab hier noch Gussformleere. Die müssen wir irgendwo zwischenlagern vielleicht. Bei mir rasselt's. Bring um. Ich weiß nicht wo. Mach da. Da ist eine Spinne unterm... Mach aber nicht kaputt, ne? Es soll rauskommen, dass... Kommt, da ist sie schon, die giftige Tarantula. Ist sie sie? Die Tarantula. Äh, was wollte ich holen? Kohle, ne? Mhm. Wie viel brauchen wir noch ungefähr? Ganz schnell, ganz viel. Zwei Stück mindestens. Saba, ich grüße dich. Ihr drei? Nein, wir sind nur zu zweit. Hallo. So, ich kann die Lehmformel da unten schon mal reintun, ne? Ja, ja. Ich hole nochmal zwei Kohlen. Ja. Kohle, 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 Kohle. Niklas meinte ich auch. Ach, der ist doch bestimmt schon wieder weg, oder? Pennen oder so. Wahrscheinlich. Der hat sich hier anstandshalber einmal blicken lassen und jetzt ist er ganz schnell wieder weg. Kennst ihn doch. Weil der jetzt Wichtigeres zu tun hat. Was habe ich denn jetzt wieder genommen? Ich habe eine Kohle genommen. Ich habe eine Kohle genommen. Juh. Ich sehe ihn, wir kommen von dem Lager nicht weg, Fussel. Das ist unser bestes Lager, habe ich das Gefühl. Das Lager ist gut. Also da kann man sich nicht, da kann man sich eigentlich nicht, nö. Da ist gut. Da ist ja auch alles drin, weißt du? Und ich habe noch Paunenfleisch, das lege ich einfach ans Feuer hin, okay? Mach das. Na super. Also mich stört eigentlich dieser Bug, dass ich alles immer als Stapel nehme, ne? Da kann ich ja nicht, wegen dir. Du bist ja, ich bin ja Host. Du bist Horst. Horst bin ich. Was macht denn mein Fleisch hier eigentlich? Warum habe ich die eigentlich? Ich bin einfach zu schnell, merkst du? Aber die Gussform, warum haben wir die denn? Oder werden die hier weggeräumt? Verschwingen die irgendwann? Weiß nicht, vielleicht teespawnen das. Kann schon sein. Oder haben wir sie ja irgendwo hingelegt, dahinter oder so, ich weiß nicht. Weil hier passt sie nicht mehr rein. Irgendwie ist sie voll. Die Kiste ist schon wieder voll. Ja, ja. Ist ja auch nicht so voll. Du weißt ja, wie das hier ist. Komm, ich lege sie mal hier vor den Wassermax, weißt du? Vor den Wassermax, okay. Das ist auch eine geile Erfindung der Wassermax. Ich könnte mal in die Patent anmelden, oder? Weiß ich nicht. Gibt es den nicht schon? Schön aus Lehm, weißt du? Ob der jetzt für zu Hause so gut ist, weiß ich natürlich nicht, ne? Für den Garten. Wir gehen, wir sind ja meine Werte. Ich könnte von allem ein bisschen was gebrauchen. Nur Kohlenhydrate und Fett, glaube ich. 1,23, 1,23, 1,2. Ich fresse mal das Pekanussfleisch. Ich brauche halt Fett. Wenn du was Fettes brauchst, ich bin hier. So war das der Gemeinwusel. Ja, ich wollte es noch mal gesagt haben. Oh, hier ist gerade was rausgedroppt. Ja, was denn? Eine Klingelngussform. Warte mal. Ich nehme mal die Dose und schmeiße die da mal rein, ja? Ja, normalerweise sollte es reichen. So, dann kriegen wir noch mal geschmolzenes Eisen. In Verwendung, alles klar. So, jetzt habe ich diese... Sammeln. Ich sammle jetzt mal. Jetzt habe ich eine Klinge. Alles klar. Jetzt gehe ich hier hinten hin. Langer Stock und Seil. Seil. Also herstellen. Den. Klinge. Und ein Seil. Metallspeer. Na also. Na also. Nach drei Stunden hast du es endlich geschafft. Super. Hast du es jetzt gekonnt, ignoriert? Was? Deinen Angriff auf meine Person. Ja. Ja. Also wenn ich jedes Ding aufnehme, was man mir hinwirft. Ich trinke noch mal ein Schlückchen. Aber da könnte ich ja zum Wasser maxen. Nein, der wird jetzt eh wieder voll. Oh, jetzt ist noch ein Fisch. Ein Fisch. Ein Fisch. Ich brauche nur Fett und Kohlenhydraten. Aber du... Ich kriege das nicht... Also wir haben ein echtes Problem, ne? Also ich habe ein Problem, weil ich will jetzt eine Made nehmen und da drauf ziehen. Geht aber nicht. Ich bin aufgeschmissen. Du musst es erst spannen und dann die Made machen. Ja, aber ich habe immer vier Maden in der Hand, weißt du? Irgendwie komme ich an die Garnele nicht ran. Was ist denn hier los? Warte, 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 warte. Lass mich mal was machen. Ich habe da jetzt vier Maden reingetan. Das kann ich nie machen. Braucht die Maden noch? Das ist ja vielleicht wieder ein Murks, hör mal. Ich glaube, bevor wir losgehen, ich muss das wirklich regeln. Ich kann so nicht arbeiten. Du, du hast es auch hier Fleisch draufgelegt, ne? Ja. Kümmer dich mal drum. Es ist ruhig. Nee, nee, darum geht es mir gar nicht, sondern nur, dass du dich kümmerst. Das ist nicht verbrennend, weißt du? Ja, erledigt. Du musst da schon mal ein bisschen aufpassen. So. Dann lege ich mal wieder ein bisschen Wasser auf den Grill, was? Du das. Du dies und das. Warst du kacken? Wieso? Ja, weil du dich da hinten so versteckt hast? Ja, ja. Ja, ja. Kann ja so sein. Kann ja nicht hier mehr laufen. Alles klar, dann bleibe ich besser hier. Was macht unser Metall? Du hast das im Auge, ne? Toll, Fussel, super gemacht. Ja, ich muss halt nochmal ein bisschen Kohlen reinschieben. Wobei, halb, halb, das könnte reichen. Ja, dass wir jetzt der Kohlen reinschieben und dann am Ende brauchen wir sie gar nicht. Ja, nee, 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 nee. Mach schön langsam. Wir können ja los, wenn, weißt du? Weißt du, ja. Bereit, wenn sie hier sind. So, ich mach mal hier noch ein Garnelensüppchen und ich hab hier noch so ein Faunbarsch. Naja, es tut mir leid, ich kann das immer nur zu drei greifen. Das ist scheiße, das ist echt Müll. Nee. Ist doch kacke. Ich hab irgendeinen Bug bei mir im Rucksack. Naja, dann machen wir jetzt geschwind bei der Neustadt. Ich befürchte auch. Ich lege mir jetzt nochmal hin und dann speichere ich schnell. Ja, sehr gerne. Die Zeit haben wir. Ja, eigentlich nicht, aber komm, machen wir mal. Wo wollt ihr denn dieses Mal hin? Wir wollen nochmal in die Mangrofen. So, ich bin fit. Ich jetzt auch. Also dann das Spiel speichern noch, ne? Ja, genau. So, ich hab das Spiel auch gespeichert. Und dann gehen wir jetzt mal schnell raus, ne? Dann gehen wir jetzt mal schnell raus, genau. Komplett raus. Ja, also. Ich würd sagen, Spiel neu starten, oder? Noch nicht genug Egel gesammelt. Doch, ja, Egel hatten wir schon an exponierten Stellen, aber ihr wisst ja, wer das ist. Ich geh mal eben ganz kurz hier aufs Spiel beenden. So, was wollen wir spielen? Gas Station Simulator. Ne, Green Hell. So. Diese Unterbrechung bitten wir zu entschuldigen, aber ihr habt gesehen, ich kann immer nur ganze Stacks greifen und nicht ein einzelnes Fleisch oder eine einzelne Made. Und das geht nicht. Das ist nicht so schlau. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber... Das ist nicht so gut. Ich mein, das Spiel ist ja auch gerade erst auf den Markt gekommen. Das ist ja gelacht, ob ich noch in der Early Access oder so, deswegen muss man solche Fehler natürlich auch... Die sind ja auch nicht spielentscheidend, weißt du? Das ist ja... Drei bis drei Wochen halt. Eben. So. Ich geh nochmal auf Mehrspieler. Spiele das, Horst. Geh auf... Freunde. Weiter. Ich starte das Spiel. Wenn du soweit bist, sagst du Bescheid. Jawohl, ich bin im Ladebildschirm. Mach nix anderes, sonst hängt es nichts auf. Nein, 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 ich sitze hier. Ich hab hier Hände in der Hand. Und dann die Hände zum Pimmel. Ihr wisst schon. Ist Sonntag. Maxi kommt wirklich wieder zum Horst, he? Heute geht das, ja, ja. Ja, es ist... Weiß ich nicht. Heute ist ein neues Let's Play rausgekommen. Weil Raft ist ja zu Ende. Gestern kam die letzte Folge Raft, weil wir warten jetzt auf Inhalt. Also es ist nicht abgekündigt, das Spiel, aber wir warten halt auf Chapter 3. Und, äh, ja. Wir haben ein neues Projekt im Auge, aber wir haben irgendwann im... Weiß ich gar nicht, war das im Juni oder im April hatten wir mal eine kleine Runde Age auf Empires 2 gespielt. Und, ähm, das hab ich dann heute endlich mal geschnitten und hochgeladen. Ich glaub, es war im April haben wir das gespielt. Wir hätten auch noch Overcocked. Das kommt auch noch. Oder das neue Projekt. Ich bin online. So, ist mal wieder Stardew Valley geplant. Auf jeden Fall. Wir müssen halt nur gucken, dass der Jules jetzt endlich kündigt, weil sein Job ständig im Weg steht. Also jetzt ist es in vier Wochen, glaub ich, dreimal ausgefallen wegen Jules seinem Job. Das ist natürlich immer ätzend. Deswegen ist das so wahnsinnig, äh, langatmig alles. Ich weiß ja auch nicht, warum der seinen Chef nicht im Griff hatte. Müsst dann mal fragen. Ähm, warte mal, bevor ich jetzt ins Spiel gehe. Ja? Soll ich mal eben gucken, ob das geht oder was? Ja. Also ich kann ein einziges Molinarblatt nehmen. Geplant ist nichts. Auf jeden Fall. Ich kann eine Made rausnehmen, ja? Bei mir geht's. Gut. Was ist nicht geplant? Also ich würde sagen, Fussel, äh, next to Stardew? So, oder? Das können wir machen. Ich bin da flexibel. Ich habe übrigens das Eisen rausgenommen. Ja, ja, alles gut. Also wir müssen auch Minecraft jetzt nicht zwanghaft, aber du weißt ja, ne? Ich bin da, ich bin da jetzt, also wir müssen das jetzt nicht zwanghaft durchprügeln. Ich weiß ja nicht, äh, was du mit dem Server noch vorhast und wie lange du den machst und so. Das weiß ich ja nicht, ne? So lange wie wir Bock haben. Siehste. Wie kann man denn... Ach, das kann man gar nicht? Ach. Ist noch Harz drin, Hans Harz. Der Jules ist beigetreten. Na, endlich kommt der mal, weißt du? Nein. Ich mache nichts. Eine Stunde zu spät. Find übrigens euren Hafen in Minecraft richtig gut. Ist cool geworden, ne? Ja, da haben wir uns, haben wir uns doch ganz schön Mühe gegeben. Oh, ich habe was verhauen. Ich weiß nicht, wo sie ist, Fussel. Ah, hier kommt das. Da. Am Lehmtopf. Ich wollte gerade sagen, habe ich den jetzt wieder wach gemacht, oder was? Also meiner ist perfekt, ne, also... Ja, ich weiß nicht, wo ist denn meiner? Der ist jetzt ganz weg, oder? Deiner ist im Bauch. Wie ist meiner im Bauch? Ich sehe hier überhaupt keinen. Ach, halt echt nicht. Hast du vorbeigeworfen? Nein, ich habe genau auf der Vieh getroffen, aber irgendwie ist hier nur Buggy, ey. Wo ist denn mein... Hast du? Nee. Es gibt ja Dinge, ne, die kann ich überhaupt nicht ab. Zum Beispiel Spiele, die alles im Arsch machen. Was soll denn der Kack hier? Wo ist denn mein... Ich überlege gerade, wenn ich das jetzt vielleicht auseinanderleicht, dass er dann... Da ist er doch! Wo? Da ist er ein Dalsperr. Da! Nein. Siehst du eine nette? Nein. Ich meine, du kannst ja gerne mal in meinem Stream gucken. Siehst du... Siehst du mein... Du hast einen in der Hand, den sehe ich ja. Ja, warte, 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 warte. Was ist denn das? Ja, kein Wunder, dass ich nicht... Nehmen wir den. Und ich nehme den. So, danke. Und ich bin fett. Das stimmt. Gucken wir, wie schnell übt. Das ist übers... Ich habe übrigens nicht genug gesammelt. Also, ich könnte jetzt hier, glaube ich, nicht ein Feuer anmachen. Ist da ein Zahn drin? Was sagst du? Das geht halt voll auf die Ausdauer, diese Scheiße. Schlimm, ne? Ich tue es auch, nein, oder? Ja, ja, wir müssen... Wegen mir müssen wir eigentlich kein Feuer mehr machen. Aber es ist geil, ne? Kaum kommst du online, da greift dieser blöde... Kein Mahn wieder an, ne? Das ist ein doofes Typ. So wie der um ein Steingehütt gebackt hat. Ja, ja. So, Paranüsse schmeiße ich mal weg. Mein Widom ist auch schon wieder verrutscht. Ich brauche auch vielleicht ein Parasitenpild. Eventuell. Also, hast du wieder Parasiten? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, ja, natürlich auch gesagt. Welche Farben haben die nochmal... Rot, glaube ich. Waren das die roten? Ja, ne? Die roten Schirmkörper. Ich glaube, die waren rot, ja. Weil mich nicht alles täuscht. Wo sind sie denn? Parasiten. Bekannte Behandlungsmethode. Die Einnahme von Pflanzen mit natürlichen Antiparasiten. Antiparasitären Eigenschaften töten die Parasiten ab. Richtig. Hören wir mal, wenn du den roten Pilz siehst, dann... Oder wenn du allgemein ein Pilz siehst, wie gesagt... Wollen wir denn los? Also, ich brauche eigentlich, äh, äh, äh... Wasser könnte ich noch... Ich brauche noch ein bisschen ohne Pilze halt, ne? Na, ich könnte noch Wasser gebrauchen. Ich denke, auch noch ein Schlückchen und dann... Kannst du mir mal ganz kurz sagen, was jetzt wieder passiert ist? Das war alles gekocht hier, alles. Und jetzt muss ich kotzen? Echt jetzt? Das war noch alles gekochtes Zeug. Warum ist denn das jetzt plötzlich gammelig? Ich habe kotzen drei. Mir geht es richtig schlecht. Was hilft gegen kotzen drei? Weiß ich nicht. Ich hatte das noch nie. Da sind Pilzchen. Aber ich weiß nicht, welche da helfen. Ich könnte fett und alles gebrauchen, aber... Was hilft denn gegen kotzen? Hm. Lagerfallen, Früchte. Lila Blüten, lila grüne Blätter. Blätter gegen Lebensmittelvergiftung. Äh. Also nie gehört. Lila Blüten, lila grüne Blätter. Naja, die haben wir schon mal gesehen. Aber ich trau mich. Jules, hol die doch mal. Mir ist schlecht. Was ist denn das hier? Ehrlich? Ich verstehe das nicht. Warum gibt es so viele Probleme plötzlich wieder? Ich meine, man kann ja schon froh sein, dass das Spiel noch halbwegs den Spielstand hat. Weißt du? Was hast du jetzt gesagt? Lila Blätter, lila Blüte. Äh, lila Blüten, lila grüne Blätter. Okay. Mal schauen, ob ich welche finde. Ich lege mich mal ein bisschen hin. Ich glaube, äh, ich habe hier eine Uhr. Ich muss mich um Dinge kümmern. Ich lege mich mal ein bisschen hin. 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 Ich lege mich mal ein bisschen hin.